Bei Fuß? Bei Fuß? Gut. Der rennt wieder weg. Ja, wir sind gleich da. Ich hasse deine Fresse. Das sieht so lustig aus, wie er den hinterher läuft. Sauber. Hör mal. Warte mal, geh. Unglaublich, was haben wir denn da schick ist? Oh, einen geilen Raketenwerfer, wow. Die Party kann beginnen. Generator einschalten. Machen wir das doch mal. Wo ist er jetzt? Da ist er! Oh, das hätte er nicht sagen sollen. Ja, das machen wir doch gerne. Bam! Okay. Halt den Generator am Laufen, schlage die Gästewellen in die Flucht. Da kommen die. Na, die One-Shotte ich. Der wird da richtige Folter, der kriegt da Schocks und alles. Nur mit der an der Tee-Party teilnimmt. Ey, wie krank da ist. Oh, 27 Nachkampfschaden. Oh! Oh! Na, der Spieler-Skin verdient. Der explodiert ja, glaube ich, gleich, ey. Oh ja, Sniper, das ist eine gute Idee. Oh, der Elder ist ja noch größer. Boah, die gerade da. Yo, ich sehe das, ey. Boah, die machen die Damage. Die machen wir doch gerne. Geht der da ab? Guck mal. Ja, wie kann der S-Wahn? Ey, das wäre doch mal eine Idee für einen neuen Saw-Film, ne? So eine kranke Tee-Party, wo du gezwungen bist, dann teilzunehmen. Ja, man merkt, das ist ein bisschen ungenau, als jetzt mein anderes Sniper-Rifle. Oh, shit. I got this. Ja. Guck mal, scheiß. Boah, der versteht keinen Spaß. Oh, der springt direkt auf den Generator. Sauber. Der macht schon mal offen. Oh, kann ich gar nicht. Der liegt so komisch in der Ecke, glaube ich. Gott, der Stick wird weg. Gerade, wo ich meinen Klon da machen wollte. Jetzt kommen wir ja. Oh mein Gott, Top-Nach-Launcher macht der Schaden. Fuck. Gott, die Tee-Party ist ja richtig am Laufen, ey. Oh, jetzt kommen die Midgets. Psychozwerg. Ich hab den mit der Waffe gestroffen. Komm mal her. Fuck. Ich hab den mit der Schaden getroffen. Ich hab den mit der Schaden. Ich hab den mit dem Spuren. Okay, go. Ich hab was fertig. Ich hab den blauen, du Spuren. Ich hab den blau oderтории. Das war's. Voll daneben. Die juckt das gar nicht. Hahahaha. Oh, yeah. Ich nehme mich mal mit. Ja, ja, ja. Party, Party, Party. Oh, da kommt ein... Der da was in der Hand, das gefällt mir gar nicht. Genug. In den Arsch. Was ist das denn? Zerfällt denn mehrere Bomben? Den hattest du auch, ne? Ja, ja. Ja. Sauber. Muss ich gleich mal gucken, was ich da für Sachen einsetze. Geben wir das mal ab. Jawoll. Es wird spät. Ich fürchte, Mr. Flashstick muss uns verlassen. Dich kenne ich doch. Du solltest tot sein. Ein interessanter Standpunkt, Monsieur Flashstick. Mr. Sparks, was denken Sie? Was passiert jetzt mit dem? Es tut mir leid. Lass ich deine... Boah. Da löst er sie auf. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür hab ich gesorgt. So, der Ding kann weg. Hab ne Tee-Party und trink meinen Tee. Höchst effektiv gegen Panzerung. Oh, ja. 10.000, sauber. Herausforderung geschafft. Anpassung. So, welchen Granaten... Nehme ich jetzt? Hm. Ich sag den mit den Granaten und dann wechseln wir mal. Was war das andere? Äh... Standard-Explosion und... Brandschaden. Das kann ich verkaufen. Hol Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ähm... Alles klar. Nur meine Raketenwerfer ausrüsten. Mal eben kurz die Pistole sehen. Oh, die schießt Säure. Die ist so schön, die hat so Blümchen drauf und so. What the hell? Nehmen wir mal einen Raketenwerfer. Schicke Teil. So, platziere Tinas Damen. Hochexplosive Damen. Machen wir mal. Uuuh. Uuuh. Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Uuuh. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, ey. Ui. Oh mein Gott. Boah. 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 Den Zug getroffen. Ja. Boah. Alter. Bisschen hat was überlebt vom Zug. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Kletterer auf das Wrack, um ranzukommen. Oh, das war nur runtergefallen. Auf den Zug. Denn sonst gibt's das vor dem Bug. Das ist ein Rapsong von mir. Ja, genau. Hehehehe. Den besten an als der Rest. Wohl wahr. End of the line. Durchsuch den Zug. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Lass es nicht zu sehr krachen. Ja. Was denn für Viecher? Moment, ich hab Säure für Korrosion. Kritisch. Oh ja. Das Ding macht Schaden gegen die Viecher. Oh, das hat eine sexy Pistole mit Blumen und so. Schön. Hahaha. Alter. Ich finde den Ding im Panzertenwagon. Oh ja. Ja. Jeder hat Badass rangekommen. Doch nicht. Warte, wer ist denn angezeigt? Ja. Ja. Das ist gut genial. Ja. Ja. Das ist gut genial. Oh, da rinnt aber einer schnell. Oh Gott, sie sind offensichtlich hier in meiner Fresse zu entladen. Ist ja fast draufgegangen. Ich bin draufgegangen. Wollen wir denn nur einen? Jetzt geht's ab, ey. Oh mein Gott. Was ist denn da, so ein Fitzelchen? Wunderbar. Terminus Plateau. Schicke Pistolen, hätte ich gesagt. Ich bleib bei der. Wo ich nehme die Pistolen vielleicht mit. Die Fehlwert. So, Falle verticken. Oh shit, dann komm hier wieder hoch. Wow. Da ist Wilhelm. Fuck. Oh, wir machen den fertig, ey. Guck mal, die Life-Lights. Ja, ja. Komm, wie ich den grill mit der Pistole und du auch. Alter, guck mal, mit den Granaten. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Klar, kommen wir das. Boah, machen wir Schaden, ey. Alter. Stirb. Äh. Sauber. Boah, wie schnell. Jack hat keine Chance gegen uns. War jetzt nicht so schwer. Nee. Fuck, wo kommt das denn? Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn Roland bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie wieder aufgeladen werden. Hört sich gut an. Oh, Security-Ports oder so'n Scheiß. Wow, so ein Energiekern hab ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wir müssen zur Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Fuck yeah. Die Pistole behalte ich. Bravo, Japania, Applaus, Gratulation, langsames Geil. Und compensat. Hallo, carrier Klatsch. Azerbein.